da sind jetzt zwei wieder runtergefallen das schaut schon mal sehr gut aus alle bäume sind gesetzt und du kommst dahin du kommst dahin du kommst dahin und du kommst dahin schön immer genau daneben müssen sapling runtergefallen so das heißt ich kann jetzt auf jeden fall noch mal zwei bäume fällen man muss immer schön drauf die saplings aufheben weil die sind ja auch mittlerweile wertvoll ja ist ja gut dann hätte ich gesagt schaut es ganz gut hier aus na nochmal nach den saplings gucken und dann schmeißen wir mal die ganzen autos waren jetzt über zwei steaks das ist klasse sind 13 38 ok da oben ist jetzt auch noch einer und da hinten oben ist auch noch einer da oben ist auch noch einer dann hoffe ich mal dass ich jetzt die meisten erwischt habe nö da sind nochmal zwei 3 3 sehr gut ich alle bäume gepflanzt habe ist es gut so und dann hätte ich gesagt habe ich alles dabei nein habe ich nicht das ist schon mal gut dass ich noch mal dran gedacht habe nachzugucken weil ich hätte mich da unten geärgert wie ein rohrspatz wenn ich das vergessen hätte so kriege ich noch zwei eisen raus dann schmeiße ich das dann nämlich weg stocken nämlich sicherheitshalber auch mal mit ein holz nämlich auch noch mit schauen wir mal ob ich noch eine kiste kommen jawohl so natürlich gesagt ich habe eigentlich das meiste jetzt dabei dann hätte ich gesagt abwärts hoffentlich sterbe ich jetzt nicht es geht nach unten juhu ja ich muss jetzt dann schauen dass ich eine stelle erwische wo kein wasser fließt okay das ist schwierig genug äh ja äh he he das problem ist gerade ähm ich hätte mir vielleicht ein paar steine mitnehmen sollen ich hält dass ich auch das machen kann was ich jetzt machen muss oh gott sei dank so das heißt jetzt ähm wir hier diesen wassertheater da muss man dran denken gut ähm dann kann ich jetzt mir auch gleich die portal gun nein schmarrn ich muss ja die portal gun nochmal mitnehmen was mache ich denn ich brauche einen Eimer schauen wir mal ob ich von hier hin komme nein komme ich nicht dann laufe ich mal schnell rum und laufe nach oben und dann heißt es und dann heißt es Wasser weg gut ich mag es auf jeden fall mal so dass ich es noch nicht komplett dicht mache falls ich es mal irgendwo wieder brauche oder vielleicht sogar dann hin mache oder wie auch immer so jetzt muss ich nur ein wenig abwarten bis das wasser einigermaßen nach unten geflossen ist und zwar so lang bis ich es bis ich es nicht mehr sehe ich weiß ich weiß es ist auch nicht gerade spannendste aber ist sicherste gut dann haben wir ja apropos Wasser werde ich mal einen schluck davon nehmen gut dann heißt es wirklich na das Wasser ist schon ziemlich jetzt weit weg hoffe ich das könnte jetzt so Haltzeit sein ja dann laufen wir mal durch okay ich habe mich ganz leicht getäuscht äh ja ich muss nochmal nach oben jetzt wisst ihr warum das ich gesagt habe ich muss nach unten gucken wie weit das Wasser ist so und ich mache jetzt was ganz gemeines Schiranimoo blub so dann schauen wir mal ein wenig zu wie das Wasser nach unten mit geht hoffe ich wir schwimmen also auf Deutsch äh hin in dem Wasser her juhu naja am besten schmeiße ich noch was weg gut aber ich muss trotzdem aufpassen dass ich doch nach unten komme wie gesagt ich muss halt nur aufpassen dass das Wasser mitkommt weil wenn man zu weit weg ist dann decay das Wasser nicht ich hoffe dass ich jetzt bald äh so nah dran bin unten das ist auch äh wenn ich unten stehe funktioniert dann stellt euch mal vor ich hätte noch Lava da ja das wäre eine Arbeit oh na es wäre dann schon langsamer könntest du wegen zügigerer abfließen meine Güte oh nein nicht wirklich oder ich glaub's nicht ich bin grad gestorben na super na ganz hervorragend äh ja äh peinlich 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 ja ja wenn man wenn man zu viel spielt äh was ich noch froh bin dass ich meinen Philosopher's Stone und meine äh Dark Matter Eggs noch hab äh nur was grad blöd ist meine Portal ist weg Mist äh ja das ist schön nach unten unten gefl- lass mich in Ruhe dummes Wasser du bist toll dass ich gestorben bin und falls noch irgendwas unten gelegen war das ist jetzt definitiv weg oh nö oder auch nicht alles klar äh das heißt ich muss schnell nach Hause ich brauch ähm ja erstens das äh ein Schwert bräuchte ich eigentlich auch könnte ich ein Schwert haben ach ich hab's vergessen einzulesen oder na toll äh und ich bräuchte also bitte ein nochmal Glas ich bräuchte nochmal den da ich bräuchte nochmal das da äh ja das da brauche ich nicht ich brauche bitteschön das da ich brauche ähm Glas habe ich ich brauche Erde ich brauche noch Kabel gut was brauche ich noch ich brauche einen Stock ähm hervorragend echt das habe ich total super gemacht ähm Holz habe ich auch noch dabei äh ja halt ähm ja das habe ich wirklich super gemacht ich brauche einen Redstone weil ich zu viel davon hab ich brauche davon vier war ja klar dass das nicht reicht äh ja ich brauche vier so ich brauche zwei Pistons ich brauche nochmal drei Glas äh Pisten ich brauche zwei Obsidian ich brauche nochmal davon vier täglich grüßt das Murmeltier ähm oh äh reicht nicht ich brauche nochmal Glas so die zwei Pisten mir reicht mir reicht so nennen das Holz okay also dann die zwei dann das da dann das da ich bin ich bin grad noch beim überlegen was ich noch alles so verloren hab ja ich müsste mir jetzt eigentlich einen Portal Gun nochmal bauen aber äh da muss ich mir halt was anderes überlegen erst mal äh ja 64 Steine hab ich ja so so ein Eimer hab ich auch noch wieder gefunden und ein Stick das Wichtigste hab ich aber nicht gefunden das ist was äh bescheiden ist aber jetzt heißt das jetzt erst einmal wir machen äh ja das heißt jetzt dann da die Plattform bleibt so dann einmal C drücken gut wir haben acht Treppen äh ja der war mal wieder super alles klar das heißt ich hab jetzt hier einen kleinen Aufgang so machen wir es halt erstmal so klein provisorisch ich weiß was ich noch vergessen hab die muss ich mir auch noch holen ähm ne Fackel hat ziemlich wenig glaube ich aber so wenig auch nicht äh Kiste hat 64 hat 4 hat 512 ähm schauen wir mal dass wir mal ziemlich nach unten gehen 52 Pilz hat 32 Rottenflash hat 24 da ist die Fackel jawohl das heißt ich nehm mir drei Stück mit so und ich brauch noch was ich nehm mir einen rund oh ne ich nehm mir eine Pilzzuppe mit danke rest habe ich dabei so viel habe ich jetzt gar nicht dabei von den Steinen her muss man halt aufpassen dass ich nicht runter putzel weil wie man es sehen hat äh passiert es schneller als man guckt so und doch einen Stein darf ich noch verschwenden haha aber nicht mehr beziehungsweise ach stell ich mal schnell auf hol mal ein Stack nimm es wieder mit das heißt ich muss das ja so ich muss das ja teilweise nur so bauen dass das nichts spawnen kann ja wobei ähm wenn ich so baue spawnen das ziemlich sicher was so da kommt dann der erste hin Moment der hat eigentlich eine ziemliche reichweite ich hätte gesagt fünf da kommst du da hin ah cool fast tot alles klar dann fallen wir mal runter ja war aus nach falsch so und jetzt bin ich ganz unten wie gesagt das ist einfach jetzt mal so professorisch mal schnell hingeklatscht so jetzt dürfte hier nichts spawnen hoffe ich und ich hoffe dass ich auch dann durchkomme wenn ich von der anderen Seite zurück bin die sieben Stück reichen mir in 100 Jahren nicht so das heißt ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein paar Stecks machen und ich weiß jetzt noch was ich noch brauche das hole ich mir auch von zu Hause so und die portal kann man dann wieder macht wenn wir genügend tiers haben wenn ich schon so doof bin und darunter fall okay dann brauche ich nochmal drei dann brauche ich noch eine Kiste Kiste 64 und dicht da Dankeschön so du kommst dahin 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 und dahin Dankeschön dann 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 Vielen Dank.